Und so, wir sind am Weg schon runter. Ballenanhänger ist da. Gabel und so ist auch da. Und dann fahren wir dort hinten, laden das auf. Führen das am Hof, tun das umstecken und holen uns die Rundballen. Weil wir sind eh im Minus. Und solange wir im Minus sind, gibt es eh keinen Helfer. Und außerdem gibt es eh keinen. Obwohl und so müssen wir uns dann eh auch selber machen. Ok. So, dann mache ich gleich einmal zwei. Zanderling, nicht mehr die Bühne, aber wirklich schon Angst vor den Ballen. Zanderling, nicht mehr die Bühne. 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 so ohne nur drei ballen das ist nicht so viel aber drei ballen sind besser als nichts muss man auch sagen sehr schön dann wechseln wir jetzt eine zange also wir laden ab wechseln zange und dann geht es gleich weiter ein bisschen geld wäre jetzt wirklich dann mal fein wenn er in die tasche kommen würde so 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 das ist schon gewachsen das geht ziemlich schnell war doch nicht einmal in zwei Tagen gewachsen oder habe ich das so lange schon an Bord gehabt das geht jetzt eben gesagt nicht Eieiei Nettes Bangrote Klost Nettes kann ich mit der Hand oder kann ich hier Dill 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 Bittung gut 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 muss ich da noch bearbeiten oder das ist eine Hülle das ist echt nicht normal so schon so Pam 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 so 萬 vie gut 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 und Ah, das ist ja der Backlifter, das ist die Richtige. Okay. Schauen wir mal, ob wir es hinbekommen. Wenn nicht, machen wir die altbewährte Art. So. 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 Mal gucken. So. 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 Jetzt haben wir ein Buch raus. So. 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 So, Ich habe leider schon mittig genommen. Den habe ich leider nicht schon mittig genommen. Fack jetzt. Also sind Lashbund, muss ich ehrlich sagen, sage, also, sage Geschichte, ich komme mit dieser Zange halt nicht so gut klar. Ich muss mal anschauen, ob es gibt es irgendwas anderes. Wir machen jetzt die Variante. Wir machen jetzt die Variante. Uh-huh. Wo ladet man die hin, diese Frage? Wir sind bald wieder im Busbereich. Aber wir sind heute schon wieder sehr, sehr fleißig gewesen. Okay. 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 Passt der Shooter. Was wir jetzt haben, beim nächsten Mal machen wir dann Heu. Okay. 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 Bis jetzt. Okay. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. So. Gut, dann ist das wieder mit der Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Schauen wir mal, wo wir beginnen. Dann macht's gut und sagen, ciao.